Das war nicht so unangenehm, wie ich es erwartet hatte. Sogar irgendwie wohltuend. Ich fühle mich jetzt etwas wärmer an. Hm? Muss ich mir Sorgen machen? So. Was ist das denn? Lol. Ach, die Dinger, die habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ist das denn Lampen, die nur in der Ferne leuchten? Und wenn man näher kommt, verschwinden sie. Okay, hier, ab hier werde ich auch noch schleichen. Ich wusste doch, es kam mir eigentlich größer vor. Also ich hatte in Erinnerung, die Reise bis zum Ritterpaladin wäre viel länger gewesen. Oh, warte mal. Da ist ein Kokon. Ja. Woher seid ihr gekommen? Es wird euch eine Niederer sein. Oh. Fast wäre ich da blündwegs reingelatscht. Die Dinger sind ja los. Ey, 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 ey. Stopp. Ey, das war voll vorbeigeschossen. Trotzdem tot. Hey. Hm, dann nicht. Hier warten jetzt wieder Robert Falmer wieder auf uns. Und ich sollte was essen. Na, komm. Oh, oh, oh. Hihihi. Na, wer kommt? Wer kommt? Oh, was? Oh, so Drecksmagier. Stab der Blitze. Ein Falmer-Ohr. So, noch ein paar hiervon mit. Schimmerpilze. Oh, oh, Kauros. Haha. Ah, egal, was sich da nähert. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Okay. Äh, ein Beutel. Bilbo-Beutel. Da waren Wächter hier. Stahlbolzen? Achso, ich dachte schon. Kauros-Schittin. Wo? Okay. Geht offensichtlich da weiter. Ah, wer schleicht sich denn da? Ach, Mann. Hihi. Wo ist es hier? Wo gehen wir damit irgendwie etwas? Achso, die Falle höchstens. Ja, gut. Das sieht so lustig aus hiermit. Kauros-Schittin. Kommt irgendeiner. Keins. Na dann. Na, sollen wir mal an der Tür anklopfen. Ja, genau. Bleib stehen. Hihi. Hihihi. Hihihi. Bäm, Alter. Steht da oben hier, Mann. Hallo, es sind Paladin und kein Priester. Ist schon ein Unterschied, mein Fräulein. So. Hihihi. Noch einer, der es genauso nennt. Ne? 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 Hihihi. 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 Ach ja. Ja. Komm, hier ist da noch was. Ja. Woher seid ihr gekommen? Mhm. Hau ab. Okay, irgendwas hat uns noch entdeckt. Achso, ne, das ist unser. Okay. Ich hau ab. Frostresistenz. Oh ja. Kampfgeräuche. Serana, kommt es noch klar da oben? Okay. Na ja, mich entdecken sie jedenfalls nicht so schnell. Ach, hier unten wirst du. Lichtblüte, was da? Okay. Äh, du kannst aufhören. Hier ist keiner. Was sind das für Dinger? Voll lustig. Oh, was liegt hier? Fall mal Kriegsdachs, okay. So, hier haben wir die unendlichen Wasserfall. Ach, hier ist so ein Fallmarschleicher wieder irgendwo. Von wegen, hier ist keiner. Alles klar. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Okay. Hat so was wie Weihnachtsbeleuchtung irgendwie. Auch wenn das auch nicht mehr so meine Art ist, das zu sagen. Oh, was jetzt? Oh, hey. Okay, hier ist irgendwie... Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Ah, ja. Wäre mal was ganz Neues, wenn es nicht so ist. Da oben sind zwei Fallen. Die sind mit der Truhe verbunden. Ja, ja. Was? Alter, die haben hier Riesen-Kaurus als Zierde für die Hütten genommen. Das sehe ich ja jetzt erst. Hä? Was ist das jetzt schon wieder? Da steht so ein Riesenskelett in der Mitte von einem... Weiß ich nicht. Altar? Ist das Geodin? Weil was? Alter, wo kommt ihr denn her? Alter, ihr Frösche. Aha. So. Das ist... Was ist das? Ähm. Ähm, 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 ähm. Ich höre doch hier irgendwas. Aber das kann man scheinbar nicht abbauen. Also es ist doch kein Geodin. Also schön sieht es auf jeden Fall aus. Was jetzt gerade nicht so schön ist, irgendwas ist hier. Irgendwas kreucht und fleucht. Also die wissen, wie man Höhlen beleuchtet. Äh, was? Man hat mich aufgespürt. Arrg. Hihihi. Bleibst du wohl. Du bleibst jetzt mal ganz lieb. Na? So, jetzt seid ihr dran. Aua. 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 Jawohl. Gut, ja mal Zeit. Ah, diese Riesenwasserfälle mal wieder. Da kann sich ein jeder duschen. Äh, was? Genau, bleib... Ach, bitte. Ja, ist doch mal schön, dass er mich sieht. Aber überall hängen bleibt. So, pass auf. Die Truhe hier. Da kann sich auch ein dicker Bruder duschen. Psss. Hat er nicht gesagt, ne? Okay. Was ist das? Da ist bestimmt wieder ein Viech drin. Jawohl. Ach, ich hätte... Jetzt wollte ich ihn auch töten. Die klaut mir über die Kills hier. Sag doch, die passt auf mich auf, statt umgekehrt. Oh, alchemistisch. Oh, jetzt alchemie nutzen. Der kratzt sich. Der muss sich mal duschen. Wir sind aber durch den Wasserfall gegangen. Aber auch egal. Huh! Das war so klar. Das war so klar. Junge, 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 Junge. Hä? Können wir uns mal wieder auslösen, oder was? So, wo lang jetzt? Hier, ne? Alles klar. Du bist so ein Trampel, weißt du das? Oh nein, ich kann sie nicht heilen. Weil dagegen ist sie immun. Ich muss mal hier ein Wildbrillkotelett essen. Was ist das? Alter, was ist denn jetzt, ey? Okay, der linke war richtig. Alter! Pilze wie aus der Schwarzweite. Ähm. Was? Was? Was ist das denn für ein Maui? Wahnsinn. Ich dachte, das lebt nicht mehr. Was zum... Aber es hat ein nettes Muster, irgendwie. Boah! Das ist jetzt aber Geoden. Nee. Giftblüte. Oh, okay. Boah, warte mal. Es... Es sieht beinahe unecht aus. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Aber das kenne ich auch anderswo. Also, da bin ich jetzt erstmal baff. Noch sehe ich keine Bedrohung. Hä? Hä? Loll. Ria. Achso. Ey, du schaust komisch aus. Weißt du das? Was? Ey, du schaust komisch. determining angular ist, Pretty Felipe. Weißt du nichts. Du schaust jetzt.